Das ist die Lage auf der Balkanroute. Diese Massen werden täglich größer, weil alle noch in die EU wollen, bevor Ungarn dicht macht. Die meisten von denen wollen zu uns nach Deutschland. In diesem Jahr werden voraussichtlich mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen als bisher angenommen. Die Merkel verpennt das Flüchtlingsproblem, und zwar schon seit Jahren. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Dieser Hass. Och, das hast du doch ganz prima gemacht. Scheiße. Ungarn baut einen Grenzzahn. Das Problem ist ein deutsches Problem. Schließen Sie die Grenze! Führen Sie Grenzkontrollen durch! Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das!